Jen! Ich helfe den Kindern mit der Pinata. Okay. Ich zeig dir, wie das geht, Kleiner. Wir glauben, du wärst glücklicher, wenn du Freunde hättest, mit denen du mehr gemeinsam hast. Was? Ruth, du passt nicht mehr zu uns. Braucht hier noch jemand was zum Kontern? Du? Nein? Wow, meine kleine Schwester ist ein Loser. Ich bin kein Loser. Ich bin schwanger. Was? Mit Zwillingen. Ein Junge und ein Mädchen. Ruth, bist du schwanger? Ja. Also, war es ein Unfall? Wie weit bist du schon? Oh ja, im vierten Monat. Oh Ruth, du bist gewachsen. Ich kenne dein kleines Geheimnis. Bitte erzähl es niemandem. Ich muss noch ein bisschen schwanger bleiben, sonst stirbt mein Vater an gebrochenem Herzen. Dad? Was? Keinen Stress und er braucht Ruhe. Moment. Sie haben mir ein Schaumbad versprochen. Dad, das ist widerlich. Leute, lasst uns ausgehen und feiern. Ich liebe euch. Cheers. Glückwunsch. Ab heute sind Sie Direktionsassistentin. Darf ich Sie zum Essen einladen? Heute ist Geburtsvorbereitungskurs. Du musst tief atmen. Ich kann das nicht. Du könntest an die Babys stoßen. Okay. Alles in Ordnung? Würdet ihr mich auch mögen, wenn ich nicht schwanger wäre? Was habe ich getan? Überraschung! Überraschung! Ich habe dich noch niemals sprachlos gesehen. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr schwanger sein. Du Lügnerin! Ich kenne dein kleines Geheimnis. Das ist eine sehr ernste Situation. Ich will für euch sorgen. Für euch drei. Hi, Officer Huxley. Wart ihr auch brav, Mädels? Nein. Raus. Ich hatte immer die schmutzigsten Träume von deinem Dad. Stopp! Stopp!